Geht aber gerade nicht. Ich fahr jetzt ein bisschen non-stop in den Kreis, weil es 37 war. Ein bisschen Aufschau irgendwie, Leute. Ich hab ja genug Sprint. Ups. Nein! Guck mal, was ich geschafft hab! Oh mein Gott! Das war überhaupt nicht geplant! Hallo? Oh mein Gott! Ein Epic Fail! Oh Gott! So was hab ich... Nein! Wie soll ich da wieder rauskommen? So was kann doch nur wieder mir passieren! Scheiße! Wie kriegen das da jetzt raus? Warte mal, die Sirene aus, Mann. Das fällt doch auf. Guck mal, der fahrt sich im... Ohaha! Ich bin wieder raus! Was der Fakt? Wer kann sich denn bitte schon mit nem Fenster an nem Briefkasten festbacken, Junge? Festhaken! Ich hab mich verhakt. Das ist nicht festgebackt. Das ist verhakt, Alter. Das musst du erstmal hinkriegen. Junge, Alter! Das ist doch nicht mehr... Alter, das glaubt mir kein Schwein. Da muss ich ein Highlight von machen. Ich muss gleich spüren auch so. Das glaubt mir kein Mensch, Alter. Das hab ich auch noch nicht erlebt. Ich muss die Sprit nach...